Hallo, ich bin Blessing aus Neuseeland und ich habe eine Hautkrankheit namens Vitiligo. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, mich an all den Taugenichtsen in meinem Leben zu rächen. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich den ganzen Tag damit verbracht, eine wunderschöne Muttertagskarte für meine Stiefmutter zu basteln. Schau, was ich für dich habe, Mami! Das ist das hässlichste Ding, das ich je gesehen habe. Und wie oft habe ich Schilder schon gesagt, dass du mich nicht so nennen sollst. Ich bin nicht deine Mami, deine Mama ist tot. Und damit zerriss sie den Text in zwei Teile. Aber das habe ich extra für dich gemacht. Wer hat dich darum gebeten? Ich nicht. Warum sollte ich wollen, dass jemand wie du mich liebt, dummes Mädchen? Ich rannte in mein Zimmer, sprang auf das Bett und weinte mich in den Schlaf. Ich konnte nicht verstehen, warum ich mit dieser Krankheit geboren wurde. Ich wollte einfach nur normal sein. Papa war erst 17, als er mich bekam und er hatte nicht einmal einen richtigen Abschluss. Die Lösung, die er für seine Probleme fand, war, meine böse Stiefmutter zu heiraten. Die 15 Jahre älter war als er, aber sehr reich. Das machte alles noch schlimmer für mich, denn sie war eine massive Nervensäge. Als ich sechs Jahre alt war, fand ich heraus, dass ich ein hochbegabtes Genie war. Eines Tages bat die Lehrerin uns alle, einige Kindergedichte über den Winter auswendig zu lernen und sie der Klasse vorzutragen. Ich schlich mich nachts in die Bibliothek meiner Stiefmutter und nahm mein Lehrbuch aus dem Regal. Ich lernte Shakespeare's Uwinter auswendig. Als ich an der Reihe war, laut vorzulesen, schaute der Lehrer fassungslos. Am nächsten Tag wurde ich zu einer Reihe von Tests gebeten, nach denen sie meine Eltern anriefen und ihnen mitteilten, dass ich ein Genie sei mit einem IQ von 180. Ach so, das erklärt wohl, warum sie so hässlich ist. Ähm, hier ist eine Broschüre für die tolle Schule für begabte Kinder. Gott, das sieht so teuer aus. Nein, nein, das können wir nicht machen. Es ist schon schlimm genug, dass wir ein Vermögen für Schönheitsprodukte ausgeben müssen, um ihre Haut zu verdecken. Ich hoffte, dass Dad was sagen würde, aber er war einfach still. Wie immer. Meistens tat er einfach, was sie sagte, denn schließlich lebte er von ihrem Geld. Ich dachte, ich würde immer unglücklich sein zwischen meinen nervigen Eltern. Aber eines glücklichen Tages stolperte ich über ein erstaunliches Geheimnis und es war der glücklichste Tag meines Lebens. Ich fand nämlich zufällig raus, dass Dad eine Freundin hatte. An diesem Tag verstand ich, dass meine Stiefmutter wahrscheinlich wegen ihrer eigenen Unsicherheiten so schrecklich zu mir war. Sie war nur eine Verliererin, die betrogen wurde und ich würde nie wieder zulassen, dass ihre Worte oder Taten mich beeinflussen. Ein paar Tage später nach dem Abendessen verließ Dad den Tisch, als sein Telefon zu klingeln begann. Ich ahnte sofort, dass es Dads Freundin sein könnte und bevor meine Stiefmutter den Hörer abnehmen konnte, rannte ich damit weg. Sie fing an, mich durch das Wohnzimmer zu jagen und erwischte mich an meinem Händ. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also habe ich das Telefon an die Wand geschleudert und es in Stücke zerschlagen. In diesem Moment kam Dad herein. Hä? Was ist hier los? Und wer hat mein Telefon kaputt gemacht? Daddy, ich kann das erklären! Ich sprang damit auf das Sofa und flüsterte ihm ins Ohr, dass seine Freundin anrief und ich Stiefmutter davon abgehalten hatte, ans Telefon zu gehen. Er nahm mich sofort in den Arm. Stiefmutter schrie laut vor Wut und stürmte aus dem Zimmer. Während es zu Hause aufwärts ging, wurde es in der Schule nur noch schlimmer. Mein Zustand führte dazu, dass die Kinder mich ansahen, als wäre ich ein Alien und es schienen einfach alle zu ärgern, dass ich schlauer war als sie, besonders die schreckliche Luna. Sie war zwei Jahre älter als alle anderen, weil sie wirklich dumm war und zweimal zurückgestellt worden war. Sie ließ keine Gelegenheit aus, sich über mich lustig zu machen. In der fünften Klasse nahm ich an einem internationalen Physikwettbewerb teil und hatte die höchste Punktzahl von 500 Teilnehmern der ganzen Welt. Du hast uns alle so stolz gemacht, Blessing. Sie sprechen nicht für uns, Fräulein, denn wir schämten uns alle, sie hier zu haben. Sie sollte an dieser Schule nicht anerkannt sein. Luna, das ist doch schrecklich, was du da sagst. Entschuldige dich sofort. Ähm, okay, Blessing. Hier. Und dann hat sie all meine Bücher umgeworfen und angefangen, auf ihn herumzutrampeln. Die Lehrerin schrie sie an und schleppte sie sofort zum Direktor. In der siebten Klasse feierten wir den Kulturtag. Sie war wirklich blöd und ich musste einen Weg finden, mit ihr umzugehen. Eines Tages fand ich ihn. Sie kam zu mir und sagte, Und was sollst du sein? Weiß, schwarz, ein Dalmatiner, ein Panda, was bist du? Ich bin ein Mensch, im Gegensatz zu dir, du Ungeheuer. Oh, seit wann bist du denn so mutig? Seit dem Tag, an dem ich gesehen habe, dass du deinen Freund mit zwei Jungs betrügst. Was? Ich weiß nicht, wovon du da redest. Ich habe dich hinter dem Baum gesehen, Luna. Also lass mich lieber in Ruhe, sonst erzähle ich allen davon. Und was glaubst du, wer dir glauben wird? Mir oder einer Spinnerin wie dir? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir glauben werden. Und damit spielte ich das Video von ihr ab, das ich auf meinem Handy gemacht hatte. Und von diesem Tag an legte sie sich nicht mehr mit mir an. Ich konnte mich endlich in Ruhe auf mein Studium konzentrieren. Junge, aber ich lag falsch. Zu Hause wurde es immer schlimmer. Dad kam jeden Abend sehr spät nach Hause und ich merkte, dass Stiefmutter misstrauisch wurde. Eines Nachts wachte ich mit einem Schreck auf, als ich lautes Geschrei hörte. Wie konntest du mich betrügen? Denkst du, ich habe keine Gefühle? Ah, lass mich in Ruhe. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht schäme, eine heiße junge Freundin zu haben. Sieh sie nur an. Sie kandidiert nächstes Jahr für den Miss-Model-Wettbewerb. Wirklich, du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich dich betrogen habe. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das war's, du betrügerischer, geldgieriger Idiot. Raus aus meinem Haus, sofort! Ich rannte schnell zurück und sprang ins Bett, weil ich mir sicher war, dass Dad jeden Moment kommen und mir sagen würde, ich soll meine Sachen packen. Aber fünf Minuten später hörte ich einfach die Haustür zuschlagen und sah einen weggehen. Ich war sicher, dass Stiefmutter mich auf die Straße werfen würde, aber zu meiner Überraschung tat sie das gar nicht. Ich dachte immer, sie würde die ganze Wut an mir auslassen, aber sie fing einfach an, mich zu ignorieren. Und das machte mir gar nichts aus. In den nächsten Jahren ließ sie mich einfach in Ruhe, bis ich in der neunten Klasse schockiert war, als der süßeste Typ der Welt sich zu mir setzte. Hey, hättest du Interesse, einem dummen Kind wie mir Nachhilfe zu geben? Ich war mehr als glücklich darüber, also sagte ich ja. Wir begannen unsere Sitzung am nächsten Tag und Ronald entpuppte sich als der süßeste Typ. Er sprach nie über meinen Zustand und behandelte mich wie ein Gentleman. Eines Tages nahm er plötzlich meine Hand und schaute mir tief in die Augen. Blessing. Ich weiß nicht, warum die Leute diese schrecklichen Dinge über dich sagen. Du musst wissen, dass du das schönste Mädchen bist, das mir je begegnet ist, innen und außen. Er hielt mein Kinn, zog mein Gesicht nah zu seinem und küsste meinen Hals. Gerade als er mich auf die Lippen küsste, hörte ich die hässliche Luna. Warst du nicht schwul? Wer? Ronald, du hast gesagt, du wärst schwul, als ich dich um ein Date gebeten habe. Und sieh dich an, wie du die hässliche Kreatur küsst. Nenn sie nie wieder so. Es ist schon okay, ich bin ihre bösen Worte gewohnt. Sie soll doch in ihrer Eifersucht verbrennen. Ich nahm seine Hand und wir ging. Luna wurde wütend. Ich werde dafür sorgen, dass du das bereust. An diesem Abend schlich ich Ronald durch mein Schlafzimmerfenster hinein, um die Nacht mit mir zu verbringen. Gerade als wir uns auf der Couch gemütlich gemacht hatten, flog die Tür auf und meine Stiefmutter stürmte rein. Oh nein, du darfst dich nicht mit einem Mann treffen. Genauso wie ich auch nicht. Das kannst du nicht machen, nur weil dein Mann dich verlassen hat. Sie packte Ronald am T-Shirt und spuckte ihn praktisch ins Gesicht. Und warum bist du mit einem Freak wie ihr zusammen? Hast du auch eine Krankheit? Konntest du kein anderes Mädchen finden? Hä? Sag schon. Sie ist ein tolles Mädchen und ich mag sie sehr. Ach ja, beweise es. Küss sofort ihren Fuß und ich lass dich für immer in Ruhe. Verschwinden Sie, Lady. Tut mir leid, aber ich kann kein Teil dieses Drama sein. Ich bin weg. Und damit ging er wütend und verlegend. Stiefmutter schenkte mir ein böses Lächeln, als sie hinausging und ich schrie auf, als ich die Tür hart hinter ihr zuschlug. Du Hexe! Ronald tauchte am nächsten Tag nicht zur Nachhilfestunde auf, also beschloss ich, auf dem Campus mich umzusehen. Aber er ignorierte mich komplett. Ich beschloss, ihm etwas Freiraum zu geben. Luna sah an diesem Tag besonders glücklich aus und ich wusste, es lag daran, dass sie sehen konnte, dass Ronald und ich nicht mehr zusammen waren. Eines Tages entdeckte ich sie bei den Schließfächern und in dem Moment, als sie mich sah, fing sie an, ihn zu berühren und zu umarmen. Und was noch schlimmer war, es schien ihn überhaupt nicht zu stören. Ich konnte nicht glauben, dass er mir das antun würde. Ich ging weinend nach Hause, nur um eine vertraute Stimme zu hören, sobald ich eintrat. Es war Dad. Ich wusste, dass sie ihn nur deshalb zurückgerufen hatte, weil sie eifersüchtig war, weil ich einen Mann hatte und sie nicht. Sie ist so kindisch. Am nächsten Tag, als ich zur Schule ging, war ich fest entschlossen, sowohl Ronald, als auch Luna zu schlagen, sobald ich sie sah. Aber als ich den Flur langging, zog mich plötzlich jemand am Arm in die Hausmeisterloge. Es war Ronald. Du Furchtbarer. Hör zu. Ich liebe dich, okay? Ich dachte, dass diese Beziehung vielleicht nicht funktionieren wird, aber ich konnte nicht aufhören, an dich zu denken. Luna hat sich an mich rangemacht, aber sie ist nicht die, mit der ich zusammen sein will. Bitte gib mir noch eine Chance, okay? Er klang wirklich aufrichtig, also beschloss ich ihm zu verzeihen. Und dann begann er mich sanft auf meinen Hals zu küssen. Oh, ich habe ihn so sehr vermisst. Wir fingen an, uns heimlich zu daten. Aber dann beschloss ich, dass ich es nicht mehr verstecken wollte. Ronald, ich bin stark genug. Wenn du dich schämst, mit mir zusammen zu sein, dann will ich auch nicht mit dir zusammen sein. Also musst du dich entscheiden. Was ist dir wichtiger? Öffentlich mit mir zusammen sein oder dein Ruf? Sag mir bitte, was dir wichtiger ist. Bitte, bitte. Sag es mir, okay? Entscheide dich für mich. Am nächsten Tag, als ich in die Schule kam, kam Ronald zu mir herüber und nahm sofort meine Hand. Mein Herz hüpfte vor Freude und dann entdeckte ich Luna auf dem Korridor, die uns direkt anstarrte. Ich erwartete, dass sie einen schrecklichen Wutanfall bekommen würde, als sie zu uns rüberkam. Aber was sie sagte, ließ mich schockiert zurück. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ich freue mich so für euch. Und Blessing, es tut mir wirklich leid, wie ich dich vorher behandelt habe. Sie drückte meinen Arm sanft und ging weg. Das Mädchen führt nichts Gutes im Schilde. Eines Tages, als Ronald und ich in meinem Zimmer abhingen, hörten wir plötzlich laute Schreie von unten. Du betrügst mich schon wieder. Mit einem Teenager? Ja, aber sie benimmt sich wie eine Erwachsene. Sie ist viel reifer als du. Ich erwartete, dass Stiefmutter ihn wieder rauswerfen würde, aber es tat sie nicht. Sie ging einfach in ihr Zimmer, packte ihre Sachen und ging. Und das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Am nächsten Tag beim Mittagessen kam Luna plötzlich an unseren Tisch und sagte, hey, ich wollte nur sagen, dass ich deinen Zustand endlich akzeptiert habe und mich nicht mehr für dich schäme. Genau. Wie bitte? Ja, ich habe deinem Vater gesagt, dass ich dir wirklich eine gute Stiefmutter sein will. Mein Mund blieb offen stehen, als sie ging. Die 18 Jahre alte? War Luna? Ich rannte nach Hause, um Dad damit zu konfrontieren. Und Ronne direkt hinter mir. Hast du völlig den Verstand verloren, Dad? Oh, sei jetzt nicht so wie deine Stiefmutter. Luna ist älter als du. Und ich bin noch ziemlich jung. Also warum nicht? Warum bist du der egoistischste, nutzloseste Dad der ganzen Welt? Du hattest nie einen richtigen Job. Du hast dich nie für mich eingesetzt. Und jetzt jagst du nur ein Flittchen nach dem anderen. Ich habe dir gerade eine tolle Stiefmutter besorgt, die deinen Zustand akzeptiert. Und du lebst in diesem Haus wegen all der harten Arbeit, die ich geleistet habe. Denkst du, es war leicht für mich, diese alte Hexe zu ertragen? Es schien mir gut genug zu sein. Du hast sie wegen des Geldes benutzt und sie verlassen und mich wie Dreck behandelt. Meine Güte, ich hasse dich. Natürlich war Luna nichts weiter als eine Goldgräberin und hat Papa dazu gebracht, ihr ständig teure Sachen zu kaufen. Einmal, als wir einen Film sahen, hat sie sich einfach zwischen uns gequetscht und angefangen, Ronald anzufassen. Ich habe sie geohrfeigt. Er verdient eine richtige Frau in seinem Leben. Und du verdienst es, dass man dir den Hintern tritt. Ich will ihn, also nehme ich ihn dir weg. Das wird sich zeigen. Dann zog ich Ronald zu mir und küsste ihn. Sie stürmte wütend aus dem Zimmer. Ich tat mein Bestes, um alles zu ignorieren und mich auf mein Studium zu konzentrieren. Ich brauchte ein Stipendium, um aufs College zu gehen und das verrückte Haus für immer zu verlassen. An dem Tag, als ich abreisen wollte, kam Dad, um mich zu verabschieden. Ich habe letzte Nacht herausgefunden, dass sie mich betrügt. Vielleicht solltest du nicht gehen, Blessing. Ich will nicht alleine sein. Dad, du musst endlich anfangen, dich wie ein Erwachsener zu verhalten. Und wenn dir wirklich etwas an ihr liegt, solltest du versuchen, sie zurückzugewinnen. Du musst für Menschen, die du liebst, einen Kampf austragen. Ich muss aber trotzdem gehen. Viel Glück. Ronald und ich zogen auf dasselbe College. Und vier Jahre später wurde ich gebeten, bei der Abschlussfeier eine Rede zu halten. Ich sprach über meinen Zustand, wie ich mich nie davon abgehalten habe, meine Ziele zu erreichen. Und seitdem bin ich eine Sprecherin für Menschen geworden, die an Vitiligo oder anderen Hauterkrankungen leiden. Man hat mir sogar Modelverträge angeboten. Ronald und ich haben jetzt ein wunderschönes kleines Mädchen bekommen. Und wir lieben sie über alles.